also während du spielst also wir dachten mit dem mini-pilz könnten hier hoch was wir nicht geschafft haben dann ist einer von uns auf die ehe gekommen du musst den block da oben zerstören damit also ich bin auf die idee gekommen dass es irgendwo hier eine pflanze geben muss habe ich jetzt hier oben kommen gemacht dann habe ich einfach so gemacht diese spiele entwickeln ich hasse euch alle versteckte blöcke und einfach so denken jetzt was ich hasse diese kacke jetzt so lustig noch erst mal dieses ding dann kommt komm ja du komm schon kann das gute abgelassen und damit haben wir die perfekt der dritte münster geholt ein leben so lange so lange mit dafür gesucht und hier heute nicht okay ich habe gegessen gut wie gut ich bin aber die haben wir alles nicht das weiß ich schon eine Welt fehlt weiß wieso also okay das steht komplett warte mal steht bei jeder Welt komplett wenn man alle haus ja man hat dann alles und hier haben wir noch nicht alles komplett wo ach so 1 spiel erst mal zehn mal erst mal durch den 1 4 3 4 5 6 7 7 ok das geht schnell naja aber in jeder Welt eine münze also ja das geht schon keine sorge wir schaffen das nicht wie bei diesem eislevel ach ja egal der kann man nachdem nachdem du das wenn die gast darfst du super mal 64 spiel andere story ganz andere story ich hab dir jetzt immer fängt hier mit joshio an einfach so ich weiß nicht ja ja ihr müsst wissen muss dies liebens ist uns oder lieblich kann das joshio das reiht hier von mario das jedes mal von mario gerüten wird und ich habe gestern eine neue vorliebe gefunden spurtwächtig nein schulen mangas durchzulesen erst dann als schwulmangel gelesen ich musste nur lachen weil da stand flitsch und glitsch und der junge hat sich an der bettkante so festgehalten und hat sehr verstört geguckt weil irgendwas an seinem warte 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 es gibt vielleicht schwule und zuschauer ja und da kann ich ja haben nicht schon mal schon bis zum gesetz gekommen trotzdem ich will meine erfahrung mit den teilen ich habe mir so verfahren mit den schwulen mangas ist klar intoleranter das ist nicht gut das ist ein schlechtes verhalten das darf man nicht haben ja natürlich musst du auch zu mir sagen ich weiß bei dem boom boom extrem die leute die die prozenten in das geheimnisvolle dorf 2 das geheimnisvolle 2 2 geheimnisvolle dorf gesehen haben so sind die mich verarschen okay das gar nicht hier weiter mal zuhörter klatschen muss zuhörter klatsche ich hier da ist nichts aber warum haben wir gerade hier da bin ich dann mit den lastig der bitte ich habe auch die dritte wüsse aufgeholt die verdammte scheiße als nächstes bin ja guck da seine kanone für sich bullet bill und da auch einer oder auch einer war mir hier achte ich bin ja jetzt ausgaben hier ist arschkarte das heißt sag jetzt nicht dass du so geplant hast halt die fresse ich muss so und warum so netten gab es einen dicken charakter der kurser oder der kurser vom baron das ist der die bum bum extrem also das ist ein nach mir entwickelt ist skala für dicke leute also die leute die 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 leute die dicke die an krankheit haben kein problem die leute die einfach von nord-natur aus faul sind und dick sind das ist halt die bum bums so nur dass ich deine meinten so sehen uns wieder und dann kommen die zwei hier was ist drei nein niemals die bühne die zwei der erste die zweite haben wir irgendwie nicht gefunden ich kann nicht umsonst sein ich hoffe es nicht und guck zwei kann die dritte verfickten muss sein man kann ich nicht damit doch man kann damit nicht nein nicht wieder eine blume links hatte mal waren wir nicht jetzt mal auch so was gemacht nachdenken die Münzen sagen so wird nicht oder doch keine Ahnung ich weiß Wolke und ich habe gesagt muss nach links die Münze ist rechts die Münze rechts und links rechts war die gerierte Munze du musst nach links tritt er dich in die Höhe aha den Länden habe ich jetzt einen Neugrund? nein warum gehst du nach rechts? ja links ist bestimmt nicht mehr die Münze hier eine Erklärung rechts war die dritte Münze da kannst du nicht denken dass die zweite Münze irgendwie rechts sein kann ok das sieht irgendwie traurig aus siehst du siehst du wo ist die dann? warte ja kommt ja happy family die mama oder papa ihre kinder la pipo la popo ich komme nicht um an bei denen ich habe wirklich dieses rechts guckt er ist er vertraut du weißt auch wie gut ich dann rechts extremer das ist ja immer die japaner mit ihrer taschenrechner das ist ja und dann muss die mit seine kontrolle ich habe alles hat einfach die japaner alle getest das schlimmste was ich je gesehen habe ist das schlimmste wenn ich sterbe ist schon so ähm ja ich kann die keine ähm ich muss du 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 da du 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 ich komme nicht dran verdammt das sieht ja die dritte die raum was beim roten in die rostwarte blume ich verstehe die logik nicht das war ein stern stimmt kann das sein kann wirklich sein ich gehe mal kurz das ist ein bisschen verdächtig dass ihr okay das stimmt auch wieder das ist verdächtig dass die münzen dauern ich war ein guter was wir probieren weiß nicht der macher einfach mal okay ich dachte ja sehr so irgendwas kommt was krieg ich ich hatte mal wie kommt man da weiter mir schritt es jetzt auf wie der gauß gesagt es müsste links sein oder muss einer von lakito reiten glaube einer musste ausprobieren glaube ich mal ja vielleicht hier rein nicht könnte auch sein die ganze blume er kann es ausprobieren alle sieht nicht alles auf die tipps hier machen können muss selbst drauf kommen ich bin so sehr gut ist dann die blume ist oben ich glaube ich nicht immer wieder auf ich hätte ich jetzt einfach ein Leben ich glaube du stirbst einfach ich habe es so ein kleines Ersatz soll ich alle neue nein hast du nicht ich glaube das verpasst ist offensichtlich er kann ich nie es geht heute gut voran heute darfst du mal 64 ds spielen ja ich habe schon zwei zwei münzen geschaffen zu holen jetzt ganz durchlaufen das unbedingt folgen mit der wolkenreiter würde ich gerne nein ich will stellen jetzt kannst du durchlaufen ich kann ich verstehe nicht warum er so viele abonnenten hat sie mir guter ich weiß er meine markt die typen lassen vor einmal sein videos sehen ich gucke er schreit einfach sein leben raus da kannst du was dafür was ich weiß dass ich die blöcke sind das nicht gefragt ich bin mir also ich bin mir gut schreien aber so ohne grund die lage so wieso mögen die leute wenn er schreit nein nein warum soll ich mir gut schreit nein ich meine arbeit da ja auch hier schreibe du willst nein ja siehst du hast ein wo das und ich habe nein nein also eigentlich könnte ich jetzt machen könnte ich schreibe ich du kannst versuchen wir wollen das kursi m die vorausschuld mit aus dem richten ii also der haben die ersten und haben sie besuchen also was soll ich machen oder muss er schreitende ihr wisst das muss hier gerade nicht ich kriege ich kriege ich kriege ich vielleicht dabei dass ich es kriege ich weiß ich weiß dass du da kommt ich glaube ich glaube ich glaube hier ist immer die erste münste links 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 aber ich habe auch nichts gefunden ich glaube hier ist nicht einfach kauter seit neuestem hausen bekommen skype macht spaß hier wird uns ich hab's durch leon und ich habe also ich habe zu studieren ich habe das mir indirekt das auch so wie viel aber alles so dann klären das ist ein schnelles gebraut wenn er dieses video guckt dieses video einfach er weiß dass ich nicht mag echt ja das ist ja indirekt immer darauf angesprochen so ja warum muss nur so nerven so alles mehr zu wählen emina das so hat sie gesagt hat er dann gesagt ja na weil zicke ich drauf die oberste kommen so nämlich die münze ist da oben hast du noch nicht ach still weiß noch hier wo wir es gleich haben wo wir es gar nicht wussten ist wo wir einfach im reinen sind das ist noch eine aber wollen wir kommen jetzt da rein ja ich habe ich komme wieder von hinten raus ist das machen das habe ich zweit und nein sagt mir bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte bitte nicht nein weil alle trommel das ist doch sowieso wobei das ist ja also ich kann mich an das ich kann mich an das hier erinnern und vielleicht vielleicht ist eine zweite münze dann wissen wir dass sie davor ist es dann so langweilig wie lange wird das noch gehen ja von den ganzen wahlmunde pflanze doch noch hoch das ist doch schrecklich kann weiter geht nicht mehr die zwei jahre die zweite mustern der zweite musste der ersten oder hinten sein eine darin schuld hat es um zu fliegen fliegen waren hier da drin das ist die waren da drin haben wir das irgendwie aktiviert und da drin dann geht es nach rechts wo ist die erste münze dann ich verstehe nicht die logik so die erste müsste dann sein ich habe immer schwieriger habe ich die andere auch betätigt vorhin ich weiß nicht ob die anderen die zwei nicht ja ich habe ihn einigen auf den dritten doch schon aber gut ich habe jetzt einfach nach rechts also zu gucken wo die münze ist ja warte immer noch unten links verdammte misst die musik ist cool ich würde doch ich ja das würde so schaffen ich würde sich ja ja okay ich habe die erste münze sagen ich habe erwartet nicht erfüllt haben die schlampe dass ich vielleicht diese schlägst du mir sagen die schlafen das ist ein asozial warte wenn ich die bleiben zurück aber nicht schlagen schlagen ist immer schlecht pädagogik wirst du studieren das ist einfach kurz leise was jetzt einfach kurz leise warum ich bin nur schlagen jetzt leise mal okay komm warte durch den schlampen ja ich glaube es muss sein dass es wieder bestimmt ist egal kann ich nicht die die mit ja aber noch nicht gehört und das sollte ich erreichen ja links war das oder natürlich ja links hier hast du doch mal eine andere bestätigt doch so meine andere bestätigt was denn egal scheiße auf die münzen ich weiß ich weiß ich weiß du musst darauf drücken du musst darauf drücken auf die münze auf die ah stimmt sich auch grad wie schnell muss man das weiter zu kommen ach bibi fox guck piep 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 nein 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 pic fließt geht die weg kommt war jetzt die da oben lauf einmal jetzt durch diese scheiße müssen das klickt mich voll auf das ist wenig das sind wenigstens immer eine mensch immer so einig ich lasse mir wieso ich glaube ich wieso fragst mich nicht wenn du nicht sicher bis welche röde reingehen sollst nein ich muss ich muss ja sie suchen nein musstest du nicht doch und was hat es jetzt gebracht ja gut du weißt selbst dass du gerade ein dumm fehler gemacht hast du bist dann zu warte 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 ich habe uns jetzt egal ja ja und ich soll dumm sein ich weiß aber ich freue mich aber alle zu lachen ich bringe ihnen zu laufen hast du gestern nicht klar als sie flitsch und glitschkitzel gesagt habe alles aufgeregt es ist auch egal schulmangel sind lustige man das ficken einfach je nach schule durchlaufen das hat gesagt